ja hallo zusammen einer weiteren folge grimmdorn mit altaniline auf ultimativ unterwegs und wir gucken mit hallo spinn city na dann so schnauze hier wieder ekliges gedöns spinnen weil fliegen wenn ihr kalt wer seid ihr da noch da ist ein boss gespinnen mag ich nicht nicht für mich na 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 was war das denn hier gibt zeus die weber renner dann ach was willst du denn davon hinten das ist ja auch jetzt nicht die netteste art und weiter kann man ja echt nicht sagen und ulina die mutter und die weberin und die springerin das sind gleich mal drei auch nicht macht ja nix also eine weg da ist die zweite weg und das war es hier auch lebensessenz und einmal hier nur flub irgendwas blaues und was hat du so in deiner kugel auf was blaues aber das ist alles level 94 also noch recht weit von meinem level entfernt das ist schon ein stück weit das muss ich jetzt mal so sagen ja schuhnauze schuhnauze naja komm rein hier ok das waren die burschis ja ok wir können auch noch mal gucken gehen ja also bisher funktioniert alt in die linie auch in ultimativ recht gut was wie gesagt aber noch keine aussage hat darüber auf das was auf uns zukommen nicht wirklich weil wir in der welt von wütten hat es doch geplinkert oder nicht das ist doch hallo da gehen wir jetzt schon wieder hin das wäre das ja also von daher null aussagekraft das kann in wenigen leveln schon wieder an oder in wenigen bereichen schon wieder anders aussehen weil wenige level es gibt glaube ich max level ist 100 oder 99 habe es jetzt so nicht im kopf aber so was in den dreh diese 100 gibt es nicht von daher müssen wir jetzt mal gucken wir sollten jetzt bald das level 91 erreichen da wir sollten jetzt bald das level 91 erreichen und ja das geht jetzt natürlich auch nicht mehr so schnell also das muss man auch mal so sagen und erwartet jeder irgendwo ein boss wenn ich das so eine erinnerung habe ja hörst du mal auf findest du das ok ich nicht so hallo so 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 ach so 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 ja bisschen mehr schaden wäre nice von der defensive her geht es hier eigentlich ich weiß gerade gar nicht 76 85 80 77 da ist höher hier bei blutung da kriegen wir ein problem alle anderen gut der sieht scheiße aus das auch da müsste man noch ein bisschen basteln dafür braucht man auch erst mal die items um zu basteln halt ach da ist ja der besagte um welchen wir uns jetzt kümmern ja wir starten den einfach mal jede menge bosse so so aufüben mit gebrüllt so so thema der zweite auch ja was soll man dazu sagen war jetzt nicht so prickelnd und zwar er nahm wir bisher heute in lila gefunden ich nehme das ja mal so hintereinander auf und wenn ich dann so fünf folgen im im kasten habe dann rendere ich und lad hoch ach hier ist der hier genau den meine ich eigentlich die ganze zeit arschloch der uralte schlurfer bei mir aus schlürf doch ja die bosse sind dann teilweise sind sie auch wirklich echt und krone naja ok den hätten wir auch in die ewigen jahrgründe geschickt hallo das war der plan da geht es wieder raus kommen wir auf der anderen seite wieder raus die außenbezirke von burwich lasst uns mal auf die map gucken ja wird wir haben hier den ganzen part über übersprungen aber das holen wir natürlich nach ist ja klar ja ihr kennt das ja von mir grimdorn alle ecken aus kundschaften da ist ein portal hallöchen 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 ja ja das kennen wir schon ich werde andere empfinden ja 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 ist ja gut schnauze schnauze sonst noch fragen ja jetzt nicht mehr lass es lass es lass es einfach bleiben mein freund ich glaube sogar dass es ab diesem level nur noch ein skill punkt pro aufstieg gibt ich bin mir jetzt das überflutete passage okay da sind wir gerade reingegangen wir werden sehen ähm ja so lass uns mal gucken da sind wir rein dann gehen wir hier mal rüber irgendwo genau da geht es rein hallöchen 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 jemand zu hause ah ja ich weiß wo ich bin ich glaube dann kann man ich kann man das nicht können wir in dieser oder der nächste frage einfach mal in dieses dungeon rein wo man nur mit dem schlüssel reinkommen ich bin mir nicht sicher weiß nicht aber das kann man gleich sehen wir müssen uns erstmal hier um das gesagt kümmern komm ran hier freundchen jetzt zu nerven ich glaube das war hier schnauze doppelschnauze du stehst doch sagen passiert ist jetzt mal gut hier ja 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 ein seltsamer schuss definitiv zu betaufen weil dann müssen wir glaube ich da oben gleich so hallo nimmst du den mal auf nein nimmst du nicht dann müssen wir einfach füllen dann nehmen wir ihn gleich auf jetzt ruhe nein noch nicht ganz weglaufen zählt nicht so seltsamer schl habe ich den vielleicht schon dass ich ihn deshalb nicht aufnehmen kann ach ja was soll denn sowas ja ja ich glaube genau und was verschlossen ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich mache mal eben folgendes ich will mal gucken bevor ich da jetzt reingehe und dann total überfüllt bin was theoretisch möglich ist das sieht nämlich auch sogar danach aus da habe ich noch ach das sollte reichen so dann gehen wir da mal rein bzw wir gehen in der nächsten Folge rein nicht mehr in dieser ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage bis zur nächsten Folge tschüss 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 tschüss